Wenn Sie Ihr Kind beim Sprachenlernen in der Schule unterstützen möchten, dann kombinieren Sie am besten das Schullehrmittel mit der Birkenbill-Methode. Gerne zeige ich Ihnen, wie Sie Vorhilfe statt Nachhilfe machen können. Für die Vorhilfe mit Ihrem Kind verwenden Sie die Hörtexte, die auf der Schulzehde vorhanden sind. Nehmen wir nun an, dass Ihr Kind in der Mitte des ersten Themas steht. Dies könnte auch das elfte Thema sein. Das spielt keine grosse Rolle. Sie nehmen einen Text, der erst später, etwa in einer Woche, an der Reihe ist. Diesen Text holen Sie in den heutigen Tag. Hören Sie nun mit Ihrem Kind den Text aktiv, bis es das Ziel des Verstehens erreicht hat. Dann hören Sie passiv, um die erforderlichen Nervenbahnen im Gehirn zu bilden. Wenn später im Schulbuch dann der Text auftaucht, dann wird das Kind ein erstes Erfolgserlebnis haben, weil ihm die Aktivitäten nun leicht fallen. Und da wir nicht nur mit einem Hörtext arbeiten, sondern viele Hörtexte aus dem Schulbuch nach Birkenbill bearbeiten, wird Ihr Kind laufend mit Erfolgserlebnissen nach Hause kommen. Das ist Vorhilfe statt Nachhilfe. Von Eltern und Lehrpersonen sind schon einige Schullehrmittel nach Birkenbill aufbereitet worden. Vielleicht ist auch das Schullehrmittel Ihres Kindes mit dabei. Fragen Sie mich doch einfach per Mail an, ob dem so ist. Vielleicht kann Ihr Kind dann schon morgen gehirngerecht Sprachen lernen. Vielen Dank.